Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir hier den Krieg-Ogger-Zettel und den müssen wir jetzt zu Ende führen. Da oben ist ein Lukensymbol. Irgendwas kann ich da einsammeln. Da will ich ja mal hin. So, jetzt kommt bestimmt nochmal eine Sequenz. Was sind diese Dinge? Oh, von Sequenz direkt in den Kamm. Ich glaube die Position stimmt. Wahrscheinlich ja, aber zu weit weg. Boah, eine mysteriöse Einheit. Los, jetzt werft sie um. Danke. Und tschüss. Machen wir erst mal den einen weg. Nein, ich bin ein Indy-Ga-Easy mal gut. Ja, der war nicht so weit weg. So, ihr könnt einen Drop. Wie der Bodenhieb einfach verfehlt hat. Zack. Weg damit. Weg mit dem Alt-Metall. Die kommen hier echt gut voran. Autospäer heißen die. Nee, nee. Ich lasse euch mal in Ruhe. Ich will hier unten hin. Ruhe auf Lava-Kessel. Ich will hier unten hin. Ruhe auf Lava-Kessel. Is that it? Ja. Das war's. 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 So, Das war's. 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 So, packt. Das war's. 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 For a war's. Das war's. Das war's. war's. Das 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 war's. me. Why? You. You. run. done. What? I? I? I'm telling you. You. What? with that? What? What's that? what? I? 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 what? what? now? I? 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 I?